Alter! Alter! So schnell sind die Fliegen auch in meinem Zimmer manchmal. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Und zwar, weil wir gerade so hart geloost haben, müssen wir jetzt eine Winning Compilation uns anschauen. Eine Like a Boss Compilation, die einfach hier extrem flexen mit ihren Skills, für die sie halt ihr Leben lang trainiert haben, aber nichts anderes können. Das sind einfach so krasse Momente, wie zum Beispiel das einfach. Die beiden Laster einfach am Fahren sogar noch. Alter! So Bock auf Tricks, als wenn ich das sehe. Ja. Alter! Holy shit! Ich glaube, das ist einfach gewesen, oder? Ich kenne mich mit Bällen nicht so aus. Ich kenne mich mit Fußbällen nicht so aus, meine ich. Keine Ahnung. Das ist aber sehr einfach, oder? So ein Sofa trage ich auch mal. Nein, ich glaube, es ist sehr schwer, vor allem das so zu tragen, dass das ganze Gewicht halt zu einer Seite geht. Schwierig! Das ist jetzt mal fucking fake, einfach. Ich kenne mich mit Fußball nicht so krass aus. Könnt ihr mir gerne sagen, wenn das krass war. Das war bestimmt krass, oder? Weil der war sehr schnell und hat ihn dann getunnelt. Das ist Fallrückzieher, oder? Nennen wir das so beim Fußball? Guck mal, wie krass, ne, die da halt auch spielen. Crazy. Oha. Alter! War das ein fucking hoher Frontflip? Alter Schwede! Was ist das? Was ist das für Beine? Was ist das für Waden? Wie lange ich schon trainiere? Sprungkraft, Mundkraft, sowas und nicht annähernd so hoch. Guck mal, die dünnen Beine an. Dennoch springt der jetzt so zwei Meter hoch. Was ist das? Ich will das auch, ich will auch so fliegen. Alter! Also, extremst hässlich. Er war ja nicht wirklich Frontflip-mäßig gewollt so. Boah! Das war extremst schwach. Schwache Leistung. Muss man auch manchmal gesagt haben. Damit ihr denkt, dass ich das besser kann. Versteht ihr? So. Alter! Alter! So schnell sind die Fliegen auch in meinem Zimmer manchmal. Und das Gegenteil von Geschwindigkeit sind sie wieder draußen. Einfach gar nicht. Oh, Digger! Holy shit! Aber jetzt denke ich an Grounded. Und die Ameisen waren echt cool drauf. Die haben einen nicht attackiert, wenn man sie nicht attackiert hat. Boah. Kann ich auch. Verkackt. Oh, das sieht aus wie so Wushu Kung Fu. Ach nee, doch nicht. Sieht eher aus wie MMA, Mixed Martial Arts. Ich hab keine Ahnung. Doch, ich hab Ahnung. Das war Karate. Cool. Boah. Einmal so riesige Forelle. Einfach so in eine Kanone reingesteckt. Was denn hier? Was geht denn hier ab? Was ist denn das denn? Was passiert jetzt noch? Nee! Ja, wirklich! Das ist jetzt abgeschnitten. Boah. Boah, ey. Krasser Typ. Leben lang gefilmt für diesen Shot. Boah, schön. Alter. Ey, sowas hab ich auch mal gemacht. Voll geil. In Thailand. Mega krass. Hab ich mal euch die Story erzählt, wo Tender seine Hose verloren hat, als er ins Wasser gezogen wurde. Sah aber nicht so spektakulär aus. Alter. Alter. Aua. Aua. Boah. Boah, die Stange hat den auf jeden Fall halbiert gerade. Oh, ist so schön. Ach krass, der Kameramann. Die Kameramänner sind auch so krank einfach mal drauf. Hä? Hat der denn... Hä? War das nicht Fußball? Hat der ever mitgenommen den Ball? Oder war das Football? Oh Gott, sowas hasse ich richtig. Also, ist halt geil beeindruckend, aber das selber zu machen. Einmal falsch landen, dann hast du direkt... Äh, Benderiss. Gar kein Bock. Heute wieder Benderiss, gar kein Bock. Oh Gott. Ah. Oh, fuck. Das ist noch keine Like-a-Boss-Compilations, einfach wieder Stress-Compilations. Das ist cool. Das kannst du nicht machen. Oh, das ist so krass. Das geht so schnell ab. Guck. Alter, zu zweit sogar. Dieses Cup-Stacking, Alter. Ist auch so ein weirdes Hobby, aber irgendwie auch so faszinierend, wie Leute da so unglaublich viel Energie da reinstecken, halt wirklich da so Rekorde zu brechen, ne? Das ist so crazy, aber das kannst du ja halt auch von jedem... Also, klar gibt's dann immer Kommentare wie, hä, voll unnötig, dass du's jetzt kannst, aber ist halt auch wie ein Game, ne? Wie Leute, die irgendwelche Speedruns machen und ein Game irgendwie so schnell wie möglich durchzocken. Geht ja auch dann nur um Knöpfe drücken. Das ist schon geil. Ich find's schon faszinierend, wenn Leute so viel Effort reingeben, egal was es ist, um Hauptsache einfach der krasseste darin zu sein. Auch wenn's jetzt hier, ja, Cup-Stacking, sonst was ist. Oder wie das heißt. Hey, vorhin sagt Flash-Cups. Heißt das so? So geil einfach. Stellt euch mal vor, ich sag, ey, heute wieder Gin, dann komm ich rein ins Stream und mach solche Tricks. Was denkt ihr euch denn so? Hä, wie cool ist der denn drauf? Ah, Gott, ey, das wär so funny. Ich würd euch so wegflashen einfach, wegflexen auch einfach. Alter, komplette Ware verloren, so sah es auf jeden Fall aus. Ich weiß nicht, was er transportiert hat, es war auf jeden Fall, kam irgendwas raus. Aber alter, never, 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 never mess with a bridge, sag ich euch, liebe Freunde. Aber er hat's doch noch geschafft, hier leben, rauszukommen. Girl, how smooth are you me? No. Boah, smooth. Sehr, sehr, sehr smooth gewesen. Das ist einfach eigentlich. Oder sieht doch auch cool aus. Alter. Was ist das für ein Leben einfach? Ich meine, was ist das für eine Situation? Yo, ich hol mir jetzt zwei Elefanten wieder raus und spiele mir und mache mir ein paar Basketball-Stunts. Was ist denn das krank ist einfach? Schon crazy. Oh. Beide süß, beide sehr süß. Ich hätte die, wenn das meine, ich hätte die einfach tagelang kämpfen lassen. Was cute ist. Alter. Komplett ausgenockt. Einfach so. Boah. Alter. Alter, beide hat der gekillt? Ey, was ist denn das für ein kranker Typ? Und er telefoniert einfach weiter. Nee, doch nicht. Jetzt helfen dir nicht. Zack. Ah, nee, das war nur einer. Okay, okay, okay. Check. War nur. Recap. Flashback. Alter, Leute. Niemals, das ist Fakt. Das kann nicht real sein, das ist so gefährlich. Alter, das kann nicht real gewesen sein. Wie wollen die das denn geübt haben? Oder die müssten ja zumindest das Gewicht einmal runterrutschen lassen, aber mit derselben Oberflächenhaftung nochmal Glück haben, um das zu testen, wo das ungefähr hinfliegt. Keine Chance, keine Chance. Das muss, das ist eine Puppe. Achso, okay, ja gut. Dann Aufregung umsonst, auf jeden Fall. Das ist ein Trick, den kann man doch locker easy üben, oder nicht? Meint ihr, ihr kriegt den hin? Ich könnte den auch üben, aber jemand draußen hier im Chat, der üben würde? Smooth. Smooth. Sehr smooth. Oh, das Video fände ich sogar, er macht mehrere Seiten, ja. Vielleicht will er jetzt auch gar nicht, vielleicht will er einfach noch fahren. Ich will runter. Das war's mit dem Video Like a Boss Compilation. Sehr coole Compilation auf jeden Fall. Hat uns nochmal gezeigt, wozu Menschen fähig sind. Wir fühlen uns jetzt alle etwas schlechter. Perfekt. Und damit meine ich, bitte schaut mal her, wie ich die Aufmerksamkeit der beiden dummen Pisser begehr. Ich hab Power, ich hab zu viel Energie für jeden Tag. Schau mal, wie ich mich sogar im Handstand bewegen kann. Yeah. Ich glaub, ich hab da was gefunden.